Auch heute wieder, liebe Gäste, bei uns das Torwandschießen von der Volksbank Lübecker Land. Und die Volksbank Lübecker Land hat einen Mitarbeiter, einen Kollegen von mir, nämlich Frank Petring. Du bist bei der Torwandbetreuung, so steht es hier auch auf dem Lennyard drauf. Es geht ja darum, Mitglieder der Volksbank, die diese schicke, goldschwarze Mitgliederkarte haben, sollen, dürfen, müssen eigentlich für einen Fußballverein ihrer Wahl schießen. Und alle Treffer werden addiert für den Fußballverein und da gibt es eine schöne Spende. Und Frank, wie läuft es? Ja, danke Christian, es läuft sehr, sehr gut. Der Andrang ist rege und bis 15 Uhr sind wir auch noch da. Es zeichnet sich so ein kleiner Zweikampf ab zwischen zwei Vereinen. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir sind gespannt, wie das da zu Ende geht. Und das Interessante ist ja auch, das Kopf-an-Kopf-Rennen, da gibt es ja auch eine lokale Rivalität. Die beiden Vereine sind nicht so dicht auseinander, so rein geografisch. Rivalität, das heißt, da ist ein bisschen Feuer drin. Ja, also da ist auch richtig gute Stimmung da oben, wenn die treffen und werden auch alle angefeuert. Also da geht schon gut was ab. Sind es viele Vereine aus dem Lübecker Land, für die schon getroffen worden ist? Ja, also ich habe kurz mal eben mal geguckt, so zehn, zwölf Vereine sind schon dabei. Und es sind drei Kolleginnen bzw. Kollegen der Volksbank Lübecker Land, die oben betreuen. Erzähl doch mal so ein bisschen. Die werden dann abgepasst. Dann muss man seine Mitgliederkarte vorzeigen. Ja, ganz genau. Also bei mir ist die erste Station. Ich erfrage dann, ob die für den Verein schießen wollen oder für die Lose. Dann geht es zu der Kollegin, die trägt die Mitgliedernummer ein. Und dann ist noch ein dritter Kollege da, der sich um die Bälle kümmert. Okay, also noch einmal die herzliche Einladung, heute bis 15 Uhr noch unbedingt auf unsere Volksbank Lübecker Land Torwand schießen und schießen für einen Fußballverein aus dem Lübecker Land eurer Wahl. Wer kann für den Fußballverein schießen? Mitglieder der Volksbank Lübecker Land, die die goldschwarze Mitgliederkarte haben. Bitte kommt vorbei an der Torwand, schießt mit, trefft für euren Verein und lasst die Volksbank Lübecker Land richtig bluten. Da gibt es nämlich eine tolle Spende hinten raus. Danke dir, Frank. Danke auch. Viel Erfolg. Weiter geht's auf dem Kord.